Boah, das geht am Blick danach. Ich hätte schon mal überlegt, da unten zu trainieren. Da bin ich super hoch. Ich kann stark sein in Berlin. Ich kann nicht mal im Sport sein. Ich bin nicht mehr. Ja, meine Freunde, ich habe eine sehr geile Ausfallschrittvariante für euch. Ich mache hier ein paar Ausfallschritte mit der Stange mit dem Fronthold. Und um ein bisschen Instabilität reinzubringen, da hänge ich mir Kettelbelts mit Mummis dran. Wird riesen Spaß. Muss gar nicht schwer sein. Einfach dadurch, dass die ganze Scheiße so am Wackeln ist. Wenn ich mein Herzenssystem komplett an durchzudrehen, kriege ich nichts mehr frei. Die Hälfte von dem Gewicht, das du normalerweise hochfliegen würd. Und dazu ist es noch eine einbeinige Übung. Also, ganz, ganz krasse Sache, was so Gleichgewicht und Stabilitäten soll. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020